Also, da haben wir jetzt quasi verraten, wo der Eingang ist, zu der Höhle, wo sie sich verstecken. Und der einzige Grund, warum er überhaupt noch lebt, ist, weil die ihn brauchen mit dem Leuchtturm, damit die ihre Schiffe nicht quasi in den Sand setzen. Und in der Kiste, die wir gefunden haben, die zu diesem Korner gehört, ist noch der Schlüssel zum Eingang, der verbarrikadiert worden ist, sowie Silberpullets, die ich brauchen könnte. Jawohl. Was muss ich denn jetzt nochmal machen? Find Tunnels to Pirates Cove, okay. Übrigens, kurz zur Erklärung nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Dieser Gersaber Stone hier, dem wird nachgesagt, dass er, wenn man ihn zu oft verwendet, ein Biest heraufbeschwört, das dann irgendwie den Träger und alles drumherum umbringt. Jetzt, wenn ich das selber mache, passiert dann nichts, aber gegen dieses Biest muss man auch kämpfen. Und wenn andere Leute diesen Stein in der Hand halten, mag mit den Leuten selbst auch ein bisschen was passieren. Das ist für später beim Ambrose vielleicht auch interessant zu wissen, sonst versteht man jetzt, warum das passiert, was passiert. So. Wer dazu war, weil die Tunnel. Ich glaube, das war sogar hier hinten. Ich glaube, auf die Entfernung kann ich den Revolver nehmen. Dann. Ja, speichern. Save. Du machst das so, so, so elegant. Ja, von A nach B einfach direkt ist ja langweilig. Wink der Tür mal ziehen. Hallo. Grüß Gott, Tür. Zack. So. Frau. Kaffee. Ich glaube in der Hülle von Mabros, da bekommen wir auch diesen tollen Schädelzauber, den ich die ganze Zeit schon so erwartend erwähne. Mit Schrotflinte? Von der Distanz? Was ist noch einer? Das waren noch drei Stück, oder? Soweit ich das gesehen habe, ja. Vielleicht hat er sich wimmernd zurückgezogen. Oder auch nicht. Ha! Denkst du wohl, du kannst fliehen? Nope. Ich muss mir noch an diesen Typen denken, der seine Schrotflinte so ungünstig gehalten hat. Der war super. Der war so klasse. So. Könnte das im Tunnel sein? Ich hab's gefunden. Ha ha ha. Die Franzen haben sich hier versteckt. Franzen haben sich hier versteckt. Gut, gut. Dann wollen wir mal. Der Large In Numbers da. Hör dir schon Musik? Ich glaube ich kann das Rotlicht von hier oben schon sehen. Das ist dein Visier, ne? Das Rotlicht. Nein, schau da unten. Das wird schon gut. Aha. Ja. Ich hoffe mal, du hast dein Suspensorium eingepackt. Scheiße. Da bimmt sogar eher Schaden. Diese Höhle ist vor allem auch sehr viel gespickt mit Fallen, was ziemlich shitty ist. Pass auf, dass hinten ein paar Trampfeister sind. Gut, dass das kein Schießpulser ist. Ich frag mich, was diese Schriftrolle rechts unten neben meinem Zauber soll. Ich kann es nicht so wirklich ausmachen. Immer schön nach Waffen, Wach, Waffen, Wachen und Waffen. Ich spiele nicht Skyrim. Nach Dings ausschalten, nach Fallen. Wie komme ich von Fallen auf Wachen und Waffen? Blubber? 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 Oh weh, Daniel hat wieder seine kreative Phase. Oh ja. Wowza! 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 Was ist der Rechtsaf? I can't see. Keine Ahnung. Feuerwerk! Dass das Dynamit immer an der gleichen Stelle landet. Zwei Stellen, ja. Okay. Nice. Ich hätte vielleicht eher Eilo benutzt oder sowas. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen, aber. Ah, da geht's hoch. Der präsentiert sein Schwert aber noch schön. Ah, das ist so eine. Marjorin. Alter Schwede, die hasst dich hier. Ich hoffe, die hat den Schild jetzt nicht wieder an. Die hat's weggefetzt. Mit Verlaub, aber wow. Ah, ich habe noch zwölf Stück. Ja, die werden langsam weniger. 13. Alle guten Dinge sind 13. Ist das... Oh, das ist irgendwie sowas... Sowas Herzhaftes. Hm. Aha. Mehr Mana. Ha! Doch mehr Mana hier bekommen. Ich brauche eure verdammten Scheiß-Kommentare nicht. Das heißt aber nicht, dass ihr keine Kommentare hinterlassen sollt, ja? Frau hat gesagt, wir sind doof, Daniel. Frau, du hast gar keine Ahnung. Wow, f***. F*** dir, Waldfee. Oh, you cannot best a Tersanti. Wie auch immer. So, was war's, F7, ne? F7 ist Quickload. Genau, gut. Ha, ha. You cannot best with the Tersanti. Ha, ha. Ach, scheiße. Ich hätte es nicht ganz anders finden. Eigentlich ist das diskriminierend, weil... Das ist ja auch nicht so gemein. Ja, das ist auch nicht so gemein. Da gibt es ja nichts zu sagen. Ja, was ist jetzt schwer? Kann sich nicht entscheiden. Alter, da... Blum, 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 blum. Blum, blum, blum. Kommt der? Nö, der schießt. Eiei. Was? Wie viel Blut haben die verloren, sag mal. Okay. Save. Charge! Ich finde es gut, dass die Shotgun-Shells liegen lassen. Sehr praktisch. Oh, Madpack. Oh, ich höre den Kaffee blubbern. Nömm, 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 nömm. Blubber, blubber. Ich höre die Shisha nicht blubbern. Oh, sorry. Moment. Sehr schön. Wenn es die ausgeht, hallo? Save. Nömm, nömm, nömm. Blueberry Grape. Loading. Lalalala. Mann, morgen wieder Arbeit. Ah, morgen wieder Arbeit, ja. Arbeit sucks. Was war das jetzt für eine Aktion? Ich hätte jetzt wieder was Böses sagen können, aber das lasse ich ja nicht. Was wolltest du denn sagen? Nichts. Okay. Ich habe es vergessen. Du kannst es mir ja später im ganz Geheimen sagen. Oh ja, wenn wir das Let's Play beendet haben. Ah. Tommy, nein. Nein. Oh, fuck. Das ist eine Kanonenkugel. Wo? Aber an den Ende, ey, ich meine, keine Kanonenkugel, sondern eine Kanone. Ähm. Ich schaue mal ganz kurz, was da hinten sein könnte. Da oben machen wir wieder der Feuerwerk. Ich schaue mal zuerst hinten auf. Nein, ich schaue nicht drauf. Nein, ich schaue nicht drauf. Nee. Kriert rein. Rein. Einladend. Wenn du Eile hast, durchrinnen? Nö. Ja. Ich könnte es mal mit Schild probieren. Glaubst du, das reduziert den Schaden? Ich hoffe es. Mit Schild. Und Eile. Jawohl. Ah, ich schau mich zuerst lieber hier um. Okay, da habe ich... Boah, ich habe voll die Munition, ey. Ja, warum nicht? Zehn Amplifier. Ja, warum nicht, ne? Wenn es jetzt eine selbstladende Kanone ist, ja? Nein. Das ist es nicht. Das wäre aber witzig. Dann können wir jetzt die da oben mal gfreck machen. Ja. Nein, weg. Tod und verdammt, solange eine Marke drin wieder oben ist. Ey. Los nicht. Sag das sowas nicht. Ähm. Ah, da unten ist Licht. Ich glaube, ich muss da durchschwimmen. Naja, was anderes bleibt dir nicht übrig. Ah, genau, da lang. Äh, ich frage mich, ob da Haste was hilft. Anscheinend nicht. Fimmst du schneller? Nee. Nee, okay. Aber erst mal Luft holen. Ha. Dankeschön. Ja, ich glaube, der braucht das Madpack nicht mehr. Meinst du? Unwahrscheinlich. Hey, wieso ist der hier oben verhungert? Man kann doch nicht hier weiterschulen. Hier sind doch Fische. Außerdem mit dir ein Fisch. I wish I had a Fisch on my Tisch. Äh, ähm. Und jetzt? Gefällt mir nicht. Schaut doch ganz nett auf. Er schießt jetzt auf mich. Wenn er dich sieht. Ha, komm her! Who's your daddy? Oh. Die Pfeil getraktet. Na, komm's. Gut, wieso nicht? Head. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, ba. So. Ha, ha, ha. Hier geht's auch bloß raus, ne? Ja. Was gibt's denn hier, was gibt's denn da? Da, mir von dir hört man gar nichts mehr. Ich bin gerade mit dem Rauchen beschäftigt, sorry. Super, das ist kein Abgrund. Ich kann ja bleiben dessen reden, während ich meinen Mund in, äh, meine Schlauche, ach egal. Ich glaub, wir machen jedes Mal das nächste Mal weiter und wir dürfen dann später, glaub ich, das nächste Endgegnerteil oder sowas kommen. Sieht so verdächtig nach Gift-Gaskammer aus. Äh, Gift-Gaskammer. Was hab ich gesagt? Gift-Gaskammer. Echt? Achso, okay, gut. Ich hab gedacht, ich hab Gift-Kampf-Gaskammer gesagt. Ha, ha, ha. Okay. Gift-Kampf, also wir sehen uns dann nächstes Mal in der Gift-Kampf-Gaskammer wieder. Ähm, genau. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Leben wohl. Tschüss.